Ja, hallo. Darf ich vorstellen? Fred. Fred ist ein Pinscher, ein 33er Zwergpinscher. Ein ganz lieber Bursche. Fred ist jetzt sechs Jahre alt, wird im November sein. Fred hat bei einer Frau gelebt, die es nicht reicht hatte im Leben und die jetzt gestorben ist. Deshalb ist Fred im Tierheim gelandet. Fred ist ein ganz lieber Kerl. Er ist nicht ganz so üblich wie die Rehpinscher gerne sind. Er ist ein relativ ausgebrochener Hund. Er ist freundlich zu jedem. Er ist gut verträglich. Er ist ein toller Hund. Toller, toller Pinscher. Ganz lieber Kerl. Auch für jeden geeignet. Für ältere Leute, für Familien, vielleicht für Alleinstehende, für eigentlich jedermann. Auch für Mutteranfänger. Er ist ganz einfach eben gegangen. Er ist sehr anhänglich. Ganz, ganz lebes Hündchen. Und er ist selbstverständlich vollständig geimpft. Er ist gechippt. Er hat den ganzen Reisepass, ist kastriert und wird vor Abreise noch auf Mittelbergang rein getestet. Und dafür, dass er mich jetzt zuerst zwei Minuten kennt, ist. Er ist auch ein bisschen Schoßhund, wie man sieht. Ein bisschen schmusig. Na, jetzt will er runter, weil er seine Pfleger da hinten zieht. Und einen anderen Hund. Jetzt wird er ein bisschen unruhig. Aber es ist wirklich ein ganz, ganz, ganz leckerer Hund. Schöpfer Sie? Schöpfer Sie? Schöpfer Sie? Ja, wo Sie eine kleine, kleine, kleine? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.